Ich bin nicht sicher. Entschuldigen Sie bitte. Kommen Sie mal schnell. Das ist wichtig, eine Zeugenaussage. Moment. Erzählen Sie bitte nochmal. Also wie ich schon sagte, ich habe das Auto auf dem Parkplatz gesehen. Aber da lebte der Mann noch. Viertel nach sieben war das etwa. Ja, und Sie haben ja noch was gesehen. Erzählen Sie. Da saß eine Frau neben dem Mann. Und die beiden haben ziemlich intensiv miteinander geredet. Gestritten? Das kann ich so nicht sagen. Beschreiben Sie die Frau. Ende 30, gut aussehend, dunkles, lockiges Haar. Sympathische Type, deswegen habe ich sie mir auch angesehen. Erinnern Sie sich an Details? Kleidung? Irgendwas dunkles. Mehr weiß ich nicht. Kann ich jetzt gehen? Ja gut. Vielen Dank erstmal. Ich bringe Sie. Vielleicht brauchen wir Sie später noch für eine Zeugenaussage.